so moin herzlich willkommen zu einer neuen folge von minecraft wir sind zu zweit im moment hier unterwegs und zwar ja heison und ich im prinzip wir sind hier an völlig verschiedenen orten ich bin hier so in dem ja in meinem alten gebiet noch ja ich bin hier noch in der Nähe des Porns will aber jetzt relativ weiterlaufen weil es hier irgendwie langweilig ist Gameboy und ich sind ja gestern schon ein Stückchen hier weiter gerannt und haben hier schon uns eine kleine Bude sozusagen eingerichtet Gameboy hat auch noch ein bisschen weitergebaut habe ich so gerade gesehen so ohne Mist ein Unding okay ja naja und ich will jetzt eigentlich mal gucken ob ich irgendwo auch ein bisschen Flachland finde das wäre auch mal ganz entspannt wenn dann wenn du irgendwo dann ach so ich kann ja in dir schon mal die Koordinaten sagen von diesem plateau was ich gefunden habe vielleicht willst du da irgendwie hinkommen dann kann ich mal kurz gucken es ist bei 300 330 in dem Dreh etwa bei x 300 und dann und z 330 dann im Dreh ist das ok wenn da mal vorbeischauen willst dann kannst du mal gucken ich guck mal wie ich hier auf den Berg hochkomme ok dann laufe ich mal da Richtung hin sind da viele Bäume ja ja das sind ziemlich viele Bäume also vor allem hier so das Winterholz sage ich mal das Nadel die Nadelbäume ok das ist gut die Öfen habe ich gar nicht bekommen ok also 300 ist das hinter so einem riesigen Berg ja das sind ja ich ist im Prinzip ja inmitten eines riesigen Berges ja ok weil dann weiß ich wo das ungefähr ist also warst du schon mal ich bin auch ungefähr in die Richtung gelaufen aber nicht soweit ah ok meine Güte wieviel gibt es hier noch an werden ich brauche irgendwie ich muss hier rauskommt ich muss hier wo auch hier ist noch ja auch ganz schön viel aber irgendwo und jetzt wird auch mal jetzt Jolo Jump in Wasser vor Ort okay wenn er glaubt dann der ich habe überlegt ist alles gut und die leckte es gerade ein bisschen wer ist da alles lange was er das ist ganz ziemlich extrem das ist natürlich der Nachteil bei so riesigen Gebirgen da muss ich den Wien durchkommen die Verwaltung aus ja das stimmt sieht schon ziemlich geil aus hier allerdings soweit ist halt echt das Problem ich weiß nicht wo man hier dann durchkommen soll am besten okay ich kann es sind wie ein Flachland kommen oder ich will ein Flachland kommen ich glaube jetzt so langsam hin so weit sind bin ich schon bei 100 muss auch gleich wieder was essen auch wenn es die Nacht wird dann wird mir das irgendwie ein bisschen gefährlich Autsch ich bin ja auch noch untergefallen hast du vielleicht zufällig ein Bett ja ich habe ich ganz viel Wolle heute haben uns dann können wir uns hinlegen also vielleicht ganz so schlecht loslauf schneller mein Kraft verdammt 2 FPS das ist natürlich ein bisschen sehr unkuliert ja aber ich bin ja mal kurz rein m war geil Erfahrung Göttingwood wow Wahnsinn habe ich schon zum dritten Mal bestimmt bekommen gerade ja so machst du auch so ein etwas älteres Holzhäuschen äh im Moment habe ich hier nur so eine Bergbude im Prinzip also die so gerade mal so ein bisschen ja in einem Berg eingebuddelt ist viel mehr habe ich hier nicht ja sowas wollte ich auch machen so dann brauche ich mich hier mal kurz rein, damit hier keiner reinkommt mhm 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 dann warte ich noch kurz, obwohl ich leg mich einfach schon mal hin, dann passt das mhm so ich liege jetzt auch ja juhu mhm 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 na gut, da werde ich mir gleich mal einen besseren Weg dann noch mal suchen also ich bin richtig, dass ich laufe, ich laufe jetzt im Süden mhm 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 ich bin schon froh wenn der server dann ja also im moment läuft immer noch über hamachi ich bin dann schon froh wenn der server dann wieder so richtig auf gemietet ist sage ich mal dann können wir ein bisschen lag freier spielen wahrscheinlich hoffentlich auch gestern das war schon richtig für dich zwar ganz knapp ja gestern das war echt gefährlicher ja zeitlich vor allem auch noch ja aber den wir gerade haben überhaupt nicht gesehen ich habe nur noch gesehen wie er explodiert ist genau rechts neben mir auf dem Weg stecken sich auch immer das ist echt fies die Klinik ich habe und selbst ich glaube ich werde wieder sterben Prozent ich würde mich jetzt hier im Berg hoch ich hoffe dass diesmal der Weg irgendwie einigermaßen passt wäre gemein und schön ja ich muss auch also wenn ich den Prozent wenn ich meinen Tod nicht finden werde dann werde ich gleich auch mal gucken wo ich geschoben bin weil es die Koordinaten auf ja genau schnell mal angucken und dann nach und aufschreiben Prozent muss erst mal ein paar Schweinchen töten Essen Hohmann das ist ja von Anfang an nach Orders legt ihr das gibt es ja gar nicht bei mir ist gerade 850 PS aber alles okay ja ich bin gerade bei fünf gewesen jetzt auch bei drei sind wieder ein Herz gut so war wir gucken wir mal wo wir hier lang landen dann ich hoffe mal dass sie nicht gleich um eine Hülle hier ist wo ich dann plötzlich ein Gründer den Steherr sollte eigentlich gehen Prozent die Hälfte gefunden ist sehr gut Prozent es ist schon mal was ja ich wollte es war wieder so ein bisschen viel stein und so auch so gab ich werde ich noch mal schnell aufmachen kann für Essen der Ofen ist ja aber zum Glück ja recht günstig das ist ja immer sehr gut dass man den schon recht früh mal bauen kann braucht man ja auch als gerade Kohle in der Wand und Kohle brauche ich jetzt aber auch nicht hey Benchmarking geil herzlichen Glückwunsch herzlichen unter anderem auch gleich da das ist doch super und ich hab so gerade eine Mini gefunden will ich gar nicht rein eigentlich ach ist auch gar keine richtige gut die noch mal weiter so ich bin ja schön fröhlich am Stein abbauen ich bin am Hopsen ich hoffe sie bergauf ich hoffe es ist ich finde auch ein Ende irgendwann ich glaube hier geht es runter wo ich glaube hier kommt immer noch Berge immer noch Berge diese Gebirgsregion ist definitiv zu groß es gibt nirgends Flachland das heißt wir müssen uns hier echt irgendwo in den Bergen bauen einbauen und ja ich hab auch schon bei mir ob man normalen sieben Lärme nur ich Bergen Bauts und so eine Weltkrieg und jetzt hier aufbauen ich glaube das werde ich auch dann tun weil es ist auch die einzige Möglichkeit im Prinzip hier erstmal weil bis man irgendwo weiter weg kommt in Flachland es kann die ganze Weile dauern ich glaube da wer hat mal dann irgendwann so ein bisschen Prozent dass ich dann auf screen machen wenn ich mich da irgendwo durch buddeln oder so um ich brauche mal wieder 2 ich und wir haben wir sind Teil der drüben er soll ja ausrüstung machen die so aber kommen wo zehn Minuten haben wir jetzt auch schon von der Folge da oben will ich hin aber sehen wir nicht dahin kommen das dauert noch ein bisschen aber ich habe Erfolg bekommen Astrid Time to Farm hast du wahrscheinlich eine Sensegrad gebaut oder so die Mofa ja ja okay obwohl in der Tat Leuchttemberg okay weiß nicht also der Time to Farm hast auf jeden Fall aufgegriffen auch gekriegt da braucht es nur eine Hacke machen das hatte ich also keine Spitzer gesandte Farmhacke dann kürzlich hatte ich auch gestern Geschichtschaft gekriegt noch Schaummann Masino wie nachher Offscreen einfach noch so ein bisschen buddeln aber ich glaube das ist wohl ich bin eigentlich wieder am Stand wie ich vorher war weil ich hatte alles aus Stein und bis dahin das war's aber voll viel Wolle und ein Bett halt jetzt muss wieder jeder hat ganz viele Schafe aber wie komme ich jetzt hier runter und kommt hier ja auch da kommt Rote Blumen hier wieder ganz übersehen okay ich könnte jetzt wieder ein Jolo Jump machen oder nicht zwei Minuten runter wollen achievement getzer was Sprecher was heute das denn hätten das hier eingebaut ob er hat es spielt gerade mit der Konsole ja ich glaube auch kommen irgendwie so vor bis okay also den Jolo Jump könnte ich versuchen wenn ich jetzt wieder sterbe wäre jetzt doof Prozent aber du schaffst das ich glaube an dich schaffst das ich gehe mal an eine andere Stelle da ist ein bisschen mehr Wasser da nee da kann ich aber nicht hinspringen geil okay ich hoffe ich werde es überlegen das musst dich ein bisschen hinbauen Jolo 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 auch mal ein das ist schon echt ist wie sie auch überhaupt durchzukommen drüber zu kommen recht gemein gefährlich ich habe mal kurz hier von ein paar Leuten ein bisschen okay ich habe nichts gemacht alles wieder zu bauen ich habe hier nichts gemacht ich habe hier nichts gemacht wieso wo ein bisschen rausgekommen am Spawn und ich wollte ein bisschen Getreide da lang Achterland war wir hatten da Getreide angebaut ich habe jetzt einfach direkt dahin wo ich eigentlich hinwollte ohne alles jetzt auch und ich möchte essen warum bekomme ich jetzt denn ja am schnellsten Essen schwer zu sagen so ich baue mal jetzt einen schönen Eingang hier das muss ja auch schön aussehen ich glaube mal von ein paar Leuten was glaube ich oder und die haben die was ich will noch kurz was okay Red Song ganz viel Kohlen Alter die haben schon elf Diamanten ja die die Cheat hat das zu Recht glaube ich die machen ich weiß nicht die sind gestern irgendwie ein paar Stunden rumgelaufen keine Ahnung was die gemacht haben aber die haben auf jeden Fall da echt einiges an Diamanten gekriegt gekriegt und Prozent ja auch sonst also das war ich nicht schlecht was die da sich zusammengeholt haben haben sie zumindest so erzählt dass sie das schönen sich geholt haben ja ja ach was war das denn hm ich baue ne Tür hier sonst wohin ok warte mal ich muss da hin m 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 So, wo ist denn der Sand jetzt hin? Ach da, was macht der Sand da? Zwei Sand, ein Sand fehlt mir. Irgendwie ist der Sand abhandengekommen. Sand ist weg. Merkwürdig. Na, und da ist gerade die Verbindung weg. Na gut, ist die Skype-Verbindung gerade beendet, aber naja, die Folge ist eh soweit am Ende. Ah, bist wieder da. Subi. Hat Skype gerade ein bisschen Stoß gemacht. Und du bist gerade aus dem Spiel raus? Ja, ich bin irgendwie rausgeflogen. Ah, okay. Aber ich bin hoffentlich noch... Ja, du bist hoffentlich noch am Leben. Jetzt wird es langsam wieder dunkel. Ich wollte sowieso gerade sagen, es wird sowieso gerade Zeit, bei mir die Folge zu beenden. Ja, bei mir auch. Dann würde ich sagen, ich habe jetzt hier ein bisschen noch was abgebaut, da können wir uns ein bisschen Glas dann schmelzen. Ja, super, ich komme nicht auf den Server, aber egal. Naja, okay, passiert. Ja, ich verabschiede mich auf jeden Fall, ne? Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme irgendwann wieder. Mal sehen, ich werde jetzt wahrscheinlich ein bisschen was offscreen machen hier. Das würde mal einen kleinen Tunnel buddeln auf den Berg hoch. Ich weiß nicht, wie du das hältst. Ja, das mache ich auch. Ja, okidoki. Okay. Na gut, dann macht's gut zusammen. Tschüss. 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 Tschüss.